Hallo, mein Name ist Karl und ich bin ein Guide im Otsala National Park. Karl ist Regenwald-Guide und euer Otsala Rainforest Reporter. Er kennt den Wald zu jeder Tages- und Jahreszeit und immer wieder entdeckt er was Neues. Karl weiß genau, die Tiere hier hören und sehen euch, bevor ihr sie auch nur erahnt. Wenn ihr mit Karl in den Wäldern Otsalas unterwegs seid, wird euch nichts anderes übrig bleiben, als euch zu verlieben. In den süßen Duft, die kleinsten Krabbeltierchen und in die schönsten Vögel. Karl selbst hat sich schon als Kind verliebt, in den Regenwald. Dafür geht's dann auch mal raus aus dem Wald und ab auf den Einbaum. Vom Wasser aus kommt man nämlich am besten an die großen Büffelherden ran. Im nächsten Clip zeigt euch Karl die Waldelefanten. Und otsala.com bist du immer mitten im Dschungel. Und otsala.com bist du immer mitten im Dschungel. Und otsala.com sind jetzt mit dem Dschungel. Untertitelung des ZDF, 2020